Moin Leute, euer Shady von Team Legendary hier. Es geht heute in dem Video darum, wie ihr Mew und Hirashi in Pokémon Strahlende Diamant und Leuchtende Perle bekommen könnt. Ich habe gestern im Video, glaube ich, Glänzende Perle gesagt, warum auch immer. Ist relativ einfach. Ganz wichtig, Leute. Es sind zwei Faktoren, die ihr vorher haben müsst, bevor ihr diese Pokémon bekommen könnt. Punkt 1. Wenn ihr das Mew bekommen wollt, müsst ihr auf eurer Switch einen Spielstand von Pokémon Let's Go haben. Egal ob Pikachu oder Evoli, das ist vollkommen egal, aber ihr braucht diesen Spielstand. Wenn ihr das Game nicht habt und eure Freunde haben das Game, leitet euch mal kurz aus, spielt es mal. Hauptsache ihr habt den Spielstand drauf. Und das gleiche zählt auch für Hirashi. Hirashi bekommt ihr nur, wenn ihr einen Spielstand von Pokémon Schwert oder Schild auf eurer Switch habt. Auch da das gleiche habt ihr keins. Fragt vielleicht einfach Freunde, die es haben und euch das mal ausleihen. Wenn ihr diese Voraussetzungen habt und diese beiden Spielstände auf eurer Switch besitzt, dann könnt ihr diese Pokémon in diesen Editionen bekommen. Also in Pokémon strahle Diamant und leuchtende Perle. Denn ich blende es euch einfach mal nebenbei hier ein. Ihr müsst einfach nach Flori gehen. Das könnt ihr auch am Anfang des Spiels machen. Ihr müsst dafür nicht irgendwie das Game durchgezockt haben, sondern direkt am Anfang im normalen ersten Spielverlauf. Lauft einfach in die Stadt rein, geht nach links weg und dann müsste ein älteres Ehepaar da stehen. Und dieses Ehepaar gibt euch im Endeffekt der Herr, gibt euch das Hirashi und die Frau gibt euch das Mew. Beides noch Level 5. Ich blende hier auch nebenbei mal die Attacken alles ein, dass ihr ein bisschen was zu den Pokémon seht. Ihr könnt sie auch direkt benutzen, was sehr, sehr cool ist. Ja, man kann mit zwei mysteriösen Pokémon wirklich den ersten Spielverlauf durchspielen und ist noch gar nicht so schlecht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, Leute. Werdet ihr Mew und Hirashi benutzen, um das Spiel durchzuspielen? Und sonst würde ich mich mega freuen, da wir ein sehr kleiner Kanal sind, gerade erst im Aufbau. Wenn ihr vielleicht unsere Videos ein bisschen teilen könntet, eventuell auf Social Media oder unter euren Freunden, würde uns mega unterstützen, um ein bisschen größer zu werden, eine bessere Reichweite zu bekommen. Und als Abschluss würde ich sagen, Leute, schreibt mal bitte in die Kommentare, welche weiteren Guides zum Spiel würdet ihr euch wünschen. Weil der Plan ja auf dem Kanal ist, wir überziehen jetzt mal ein klein wenig, der Plan auf dem Kanal ist wirklich zu Pokémon Diamant und Pokémon Perl, zu den beiden Remakes, so viele Guides rauszuhauen, wie ihr möchtet. Ja, wir richten uns auch, ich würde auch immer schauen, dass wir auf die Wünsche von euch eingehen. Wenn ihr wollt, wollt ihr, sag ich mal als Beispiel, das und das sehen, dann machen wir das, ja. Also der Content würde ich auch ein bisschen nach euch natürlich richten, genauso wie wir auch außerhalb dieses Videos auch anderen Content kommen, Leute. Es werden Challenge Runs zu älteren Spielen kommen, auch zu aktuellen Spielen. Wir werden Training Card Games, also TCG Pack Openings, die wir auf dem Kanal auch noch machen, das kommt noch bis zum späteren Zeitpunkt. Und auch allen möglichen normalen Kram, ja, so Sachen, wo wir über Pokémon reden, vielleicht Top-Tier-Lists. Es ist sehr, sehr viel geplant hier auf dem Kanal. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall dabei bleibt, vielleicht ein Abo und ein Like da lässt und das Ganze zu unterstützen. Und dann würde ich sagen, Leute, das habe ich, glaube ich, lang genug gelabert für so ein sehr, sehr kurzes Video. Deswegen, ich würde sagen, euch noch einen schönen Tag, viel Spaß mit den zwei Pokémon, wir sehen uns, ciao.